Also Christian Schwarzbach ist mein Name und mein Vater hat die Firma Teilhund-Wagner schon von seinem Großvater übernommen. Von seinem Vater? Äh, von seinem Vater, genau. Und wir sind jetzt quasi die sechste Generation und haben uns vor zwei Jahren entschieden das zu machen, nach langer Prüfung. Genau, und sind jetzt so ein gutes Jahr, mehr als ein gutes Jahr dabei. Und Teilhund-Wagner wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Hat Jubiläum mal 1871 gegründet und die Marie hat da ganz viel Geschichtliches aufgearbeitet in den letzten Vierteljahren und eine Ausstellung daraus entwickelt. Man muss dazu sagen, Teilhund-Wagner ist ja einerseits ein Einzelhandel in der Innenstadt und dann gehört dazu noch dieser Fachgroßhandel hier am Rand der Stadt. Das wollte ich gerade fragen, weil das hat mich brennend interessiert, Teilhund-Wagner, ich denke sofort an den Laden in der Stadt. Das ist wirklich das, was so hauptmäßig bekannt ist. Und 1991 ist der Fachgroßhandel für Werkzeug und Industriebedarf hier rausgezogen, weil es halt einen großen Bedarf gab an Handwerkerbedarf, an allem, was auch Industrie so braucht. Und deswegen wuchs die Firma und es war klar, wir können das nicht in der Innenstadt weitermachen, weil dieses Gebäude, da ist ja die Firma auch schon seit 1891, also 20 Jahre nach der Gründung, reingezogen, also ewig in diesem Gebäude, Reichenberger Straße 11, ging dann irgendwann nicht mehr beziehend hier raus, also mit diesem Bereich auf die Gerd-Hopfmann-Straße. Und der ist tatsächlich ja gar nicht so bekannt, unter den Handwerkern schon, aber so unter der normalen Bevölkerung, wenn man so will, eigentlich nicht so im Kopf drin. Und wir haben halt gesagt, als das so ein bisschen im Raum stand, machen wir das oder machen wir das nicht. Also ich habe vorher an Universitäten gearbeitet, in Dresden, in Freiberg, dann hier auch am IAI und das sind ja immer so Projektstellen. Das heißt, du weißt eigentlich von vornherein, das geht mal drei Jahre, dann ist es aber wieder zu Ende und dann gehst du und dann ist auch die Frage, was ist mit diesen ganzen Sachen, die bis dahin geschaffen sind, bricht ja dann oft auch irgendwie zusammen, wenn du es nicht in den Regelbetrieb überführen kannst. Und da habe ich gedacht, Mensch, Lebenswerk so. Und ich konnte mir das eigentlich auch immer gut vorstellen, mit Christian zusammenzuarbeiten. Was vielleicht habe ich auch noch so überlegt, woran liegt das? Ich war nach der zehnten Klasse in den USA und da habe ich bei einem Ehepaar gelebt, also da hatte ich mehrere Gastfamilien, aber die letzte dann. Und die haben einen Bauernhof gehabt und waren damals schon fast 50 Jahre verheiratet und auch fast so lange hatten sie diese Farben zusammen. Und das hat bei mir wie so einen Klick gemacht. Ich dachte, krass, sowas kann auch gehen. Also Leute, die sich mögen, dauerhaft zusammen arbeiten, weißt du. Also hast du darin dein Vorbild gesehen? Irgendwie schon, ja. Das könnte so eine Vision für dich sein. Das hat mich sehr angesprochen, habe ich gemerkt. Und dann war eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Christian hatte beim Kinderschutzbund ja gearbeitet, auch zehn Jahre am Ende. Und da haben wir gedacht, wollen wir noch mal sowas ganz anderes machen? Wir kommen beide aus dem sozialen Bereich oder eben aus diesem, Wissenschaft ist nicht unbedingt aus der Wirtschaft, aber es hat sich dann... Und dann seid ihr ins kalte Wasser gehüpft. Aber absolut. Und das ist ja auch eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man das nicht alleine machen muss, sondern wenn man zu zweit ist, oder? Ja, absolut. Also ich habe gesagt, wenn wir es machen, dann will ich es auf alle Fälle erst zusammen machen. Und du hast es auch so gesehen, ne? Ja. Genau. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, das Unternehmen ist eben auf der Gerhard-Hauptmann-Straße in Zittau angesiedelt und es hat so einen Charakter von so einem Mini-Industriegebiet. Wie ist das? Also was spürt ihr davon? Gibt es so eine Stimmung, so eine Arbeitsstimmung, dass man das Gefühl hat, okay, die Unternehmen, die dort irgendwie angesiedelt sind? Du hattest das vorhin als Mischgebiet so Wohnen und Arbeiten erlebt oder deklariert, genau. Gibt es da für euch so Verbindungen auch zu den Unternehmen, die dort arbeiten, oder? Naja, wenn ich früh mit dem Fahrrad komme, dann fahre ich ja in der alten Fabrikhalle da vorbei, die jetzt leider leer steht, aber dann kommt ja schon Haflad, so Industriegebiet, und da ist halt immer, siehst halt den Schichtbetrieb und wie die Leute früh ein- und aussteigen und das ist schon mal ganz cool. Und dann hat man ja hinten das Phänomen und dann dieses kleinere, wo diese kleineren Gewerke da hinten sind, da sind Freunde von uns, die haben dort eine Werkstatt, Tischlerei, bauen Spielplätze und andere Dinge. Und dann, gerade wenn das Wetter schöner ist, dann kann man auch mal hinten lang gehen und sich mal irgendwie begegnen, treffen, Hallo sagen. Ist schon... Mal ein Mittagspäuschen an der Neiße. Genau, genau, an der Neiße lang. Wir sind ja jetzt hier angekommen, es ist einfach wunderschön. Ja und vielleicht können wir noch ein bisschen, Christian, mit dir drüber sprechen, ja über das Unternehmen und die Geschichte und so ein paar, vielleicht hast du so ein paar Eckpunkte, die wir wissen sollten darüber. Weil es ist ja schon eine Besonderheit, dass in so einer Kleinstadt, 150-jähriges Jubiläum, also das muss man erst mal schaffen. Wir sind auch die älteste Firma, muss man dazu sagen. Danach kommt dann Menzel, also dieser Büro, Quatsch, Papierbedarf, Menzel, auch auf der Reichenberger Straße. Genau, also ich kann was dazu erzählen, aber ich denke, die werde ich immer mal wieder dazu befragen, weil die noch tiefer drinsteckt. Also, ich bin ja aufgewachsen in der Firma und ich bin auch in der Reichenberger Straße und ich kenne das von Kindheit an, das ist natürlich immer ein Stück Normalität gewesen. Also mein Opa, der war halt unten im Einzelhandelsgeschäft. Da bist du reingekommen, da gab es links Haushaltswaren und rechts im Eingang war diese Eisenwarenabteilung mit kleinen Eisenwaren. Und dann gab es eine Treppe hoch, da war ein Spielzeuggeschäft und das war natürlich immer, das war natürlich immer, gerade in der Schule dann so, von den Freunden, oh du wohnst im Spielzeuggeschäft und wie toll. Traum. Traum. Und ich fand das so, ungewöhnlich war das für mich halt gar nicht, das war halt einfach normal. Genau, aber ja, und da habe ich halt auch Kindheitserinnerungen dran, wie noch so das alte Pult da war, blau angemalt, weil mein Opa da im blauen Kittel steht und so. Und dann haben meine Eltern das 86 übernommen, da war ich drei. Wie gesagt, da kann ich mich nicht mehr so erinnern, da bin ich da so aufgewachsen. Dann gab es nach der Wende einen Ladenumbau, das war ein ziemlich einschneidendes Ding. Da hat mein Vater ja investiert und eben auch das ganze Baugeschehen mitgenommen. Hat dann auch mal eine Art Herzinfarkt gehabt nach dieser Geschichte, weil es sehr einschneidendes Ding war so. Genau, und dann habe ich zur Schule gegangen, zum Studium und dann, wie gesagt, zehn Jahre beim Kinderschutzbund gearbeitet. Auch sehr gerne und sehr gut, also war eine sehr wertvolle Zeit. Da habe ich auch viel gelernt, viel persönlich auch entwickeln können, aufbauen können. Dann haben wir zwei Kinder bekommen, zwei Mädchen innerhalb von zwei Jahren. Das war nochmal eine Zäsur, so persönlich. Und da war dann so die Frage, okay, ja, vom Alter her wollen wir nochmal was ganz anderes machen. Und dann war es eher so, ja, die Firma, mein Vater hatte so ein Alter, hat dann auch schon mal öffentlich gesagt, okay, er sucht jemanden, der nachfolgt. Ich wusste, dass es intern schon mal Versuche gab, jemanden zu finden. Das hat mir so geklappt. Dann haben wir gesagt, komm, wir wollen mal uns nicht später sagen, wir haben jetzt hier so eine 150-jährige Firmengeschichte einfach an uns vorbeigehen lassen, ohne dass es das interessiert. Wir prüfen das zumindest mal. Aber ich meine, mit Soziologiestudium und Kommunikationszuschaffung wird die Wahrscheinlichkeit, dass das was für uns ist, relativ gering sein. Da sind wir halt zur IHK gegangen und zu Unternehmensberatern. Und dann war überall so, also ich habe immer erwartet, dass jemand sagt, Leute, vergesst das mit den Qualifikationen und mit eurer Biografie und Lebenslauf, lasst es sein. Aber es war immer so, ja, interessant und die und die Möglichkeiten gäbe es. Das und das müsste man für sich prüfen, da und da muss man nochmal genau hingucken. Aber so grundsätzlich, da haben wir Schritt für Schritt eigentlich Mut gefasst. Und dann haben wir miteinander viel gesprochen und so. Auch mit deinen Eltern. Sondern es war immer eigentlich klar, dieses, wenn das scheitert, dann nicht an den Qualifikationen oder an den Kompetenzen, sondern eher am Zwischenmenschlichen. Deswegen auch immer der Tipp, der so zu uns kam, behaltet einfach gut Kontakt miteinander. Dass ihr als vier Leute, die das Ganze machen wollen, ja zusammen die Übergabe, dass ihr eng miteinander zusammenarbeitet. Aber dann spielen euch ja eure Berufungen eigentlich wieder hinein, oder? Richtig, richtig. Und das ist auch so, genau. Ich habe ja dann noch so eine Coaching-Ausbildung gemacht während der Zeit im Kinderschutzbund. Das war nochmal so eine ganz wertvolle Sache. Aber auch die Sachen, die ich vorher gelernt habe. Also dieses geschlechtsbewusste Arbeiten, was ich gemacht habe, wo ich mit Kolleginnen da zusammen im Team gearbeitet habe. Das war so viel Entwicklung, Reflexion, Verstehen, wie Zusammenhänge sind, Perspektivwechsel und so. Das kann ich jetzt unheimlich davon profitieren, genau. Ja und manchmal ist es ja irgendwie das Schöne, wenn man so zurückblickt, dann macht das ja alles auf einmal Sinn. Ja, ja genau. Ja, so hört sich das bei euch auch an. Genau. Was ich irgendwie noch spannend finde, ist dieser Punkt der Innovation. Weil wir sind in einer Kleinstadt und wir reden über ein Unternehmen, was es jetzt eben 150 Jahre gibt. Da gibt es ja einfach auch viele Brocken, die man irgendwie mitschleppt, bewusst oder unbewusst. Und dann gibt es viele Dinge, wenn man neu reingeht in so ein Unternehmen an eurer Stelle, kann ich mir vorstellen. Ja. So, dass euch natürlich mit eurem frischen Blick auch gleich auffällt, okay, das und das muss unbedingt anders werden. Oder man hat so ganz konkrete Visionen und kollidiert das manchmal mit dem alten, was noch da ist? Ja. Das kann man gar nicht anders sagen, ja. Ja, es kollidiert aber nicht insofern, dass dann ein riesen Schaden oder ein Unfall da ist, der nicht mehr reparabel ist, sondern es kollidiert halt schon Werte, Weltbilder, Vorstellungen so. Ja. Aber was wir halt von Anfang an auch gewusst haben, ist ja dieses so nicht zu schnell alles ändern. Ja. Das haben wir auch schon beherzig, haben aber gleich gesagt, okay, wenn wir neu anfangen, dann müssen wir unsere Mitarbeiter auch gut mitnehmen. Das ist uns wichtig. Und haben schon, bevor wir angefangen haben, gesagt, okay, mit den Eltern, lasst uns mal einen Mitarbeitertag machen auf der Windmühle in Seif-Hennersdorf, wo wir wirklich uns Zeit nehmen, einen Vormittag setzen uns hin mit einem Moderator dazu, also professionell in Anführungszeichen so. Das war schon eine Irritation für viele, weil diese Kultur so gab es in der Form bisher nicht. Ja. Hat sich aber als sehr gut herausgestellt, das haben wir dann ein Jahr später wiederholt. Das ist ja auch wieder das Spannende, weil im sozialen Sektor, wenn man da arbeitet, ist es ganz normal, dass man so eine Vision hat und solche Gatherings, wo man einfach zusammenkommt, mindestens einmal jährlich und sich austauscht. Genau. Und das fehlt ja in einigen kleinen Unternehmen noch. Genau. Also genau, finde ich spannend. Aber die Menschen, die bei uns da arbeiten, die sind ja das Wertvolle. Die sind ja die, die die Arbeit machen, die das Geld verdienen, die die Beziehung zu den Kunden haben. Und das ist ja letztendlich der Punkt, den wir, also die Beziehung zu den Kunden, aber auch die Beziehung zu den Mitarbeitern, das ist ja das, was wir unbedingt erhalten, weitertragen wollen und müssen. Gerade weil wir, das muss man vielleicht nochmal ergänzen, wir konzentrieren uns in dieser Nachfolge auf den Fachgroßhandel. Also wir werden nicht den Einzelhandel übernehmen, sondern den Fachgroßhandel, also wo wir jetzt gerade waren. Ja. Und da haben wir ja inhaltlich nicht wirklich Ahnung. Also klar ist da jetzt bei dir vor allem in diesen anderthalb Jahren jetzt auch viel gewachsen und so, aber das sind ja Leute, die einfach wirklich vom Fach sind, die Mitarbeiter. Und vielleicht ist das die Chance, dass man sich dann wirklich nicht mehr in diesen Hierarchien in dem Sinne begegnet, sondern eher so auf Augenhöhe und jeder mit seiner Expertise so auch wahrgenommen werden muss ja zwangsläufig. Auf jeden Fall. Und trotzdem, dass wir das, was ich gerade beschrieben habe, gemacht haben, sind wir auch ein Stück Irrweg oder Umweg gegangen, wo wir dann doch irgendwie jetzt gerade durch Corona, wo es die neuen Auflagen gab, wo du ständig irgendwie kurzfristig auch mal gucken musstest, haben wir doch auch wieder bei uns im Büro gesessen und miteinander geredet, haben dann irgendwas eingeführt, haben nach drei Wochen gemerkt, Quatsch, wir hätten eigentlich die Mitarbeiter zumindest fragen sollen, mitnehmen sollen, hören sollen, was sie dazu denken. Haben wir dann eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, okay, war übers Ziel hinaus geschossen, machen wir nochmal neu. Also das, aber ja, das muss man halt. Ja, dieses Beziehung halt sein und das ist wirklich, was du sagst, ein Vorteil, würde ich sagen, dass wir das viel auch schon mehr üben konnten während des Studiums und in den ersten Jobs und so, weißt du? Das ist eben nicht von oben herab Hierarchie, sondern das ist für euch herausfordernd, ja, aber wir müssen das hier gemeinsam machen, weil sonst brauchen wir es gar nicht machen, gell? Also... Und wie ist das? Ist es auch so, dass das in eurem Unternehmen einfach eine Rolle spielt, dass ihr immer wieder auch Nachwuchs braucht? Also bildet ihr auch aus, oder? Thailand Wagner hat ausgebildet, aktuell gerade nicht, aber für mich ist es eine Sache, die mit auf der Agenda so steht, dass wir uns dort wieder hin entwickeln wollen, wirklich selber auszubilden, eigenen Nachwuchs ranzuziehen, weil es ist natürlich ein Krisenthema. Wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter, kann man sagen, und das ist auch eine Baustelle, wo man in den nächsten Jahren wird es darum gehen, wieder neue Fachkräfte zu gewinnen, zu gucken, dass man gute Nachfolgeregelungen findet, wie Leute genau reinwachsen können. Und da ist Ausbildung auf jeden Fall ein Element, wo ich mich auch schon informiert habe, aber aktuell gerade merke, okay, die Baustellen sind so viele, alles Schritt für Schritt. Alles Schritt für Schritt und wir haben jetzt eine Praktikantin bald mal, fangen wir mal klein an so. Genau, und wenn wir in zwei, drei Jahren dann meinen ersten Auszubildenden haben, wäre das ein super Ziel, oder ist das ein super Ziel? Darf ich nochmal nachfragen, ich weiß nicht, Frau Pasta, wie lange seid ihr jetzt in dem Unternehmen? Also ich seit September letztes Jahr, 2020, weil da erst war dann die Elternzeit zu Ende mit unserer zweiten Pasta. Und du seit 2019 auch Oktober. Oktober 2019. Also richtig frisch. Ja. Das erste Jahr war halt wirklich komplett alles neu. Hören, verstehen. Genau. So, jetzt sind wir angekommen. Wie schnell? Ich glaube, wir sind gerannt. Wir sind schneller als alle anderen. Aber das hilft auch, oder? Irgendwie laufen hilft beim Reden, merke ich. Jetzt sind wir angekommen und es ist irgendwie so spannend, weil ich hatte mit einer Freundin, die ist Journalistin, die schreibt für die Zeit im Osten, hatten wir erst über diesen Drei-Länder-Punkt wieder gesprochen. Was haltet ihr von dem? Wenn ihr den so seht, weil ich finde... Wir haben diesen Artikel ja auch gelesen, weil irgendwie kam der so in Social Media rein und sie schreibt, das ist so unspektakulär. Ja, genau. Er ist einfach nur da, der Ort hier. Und du siehst die Flaggen, aber sonst würdest du es jetzt nicht ahnen, dass hier drei Länder aufeinander treffen. Genau. Und irgendwie, finde ich, spricht es so für sich, weil das hat ja auch irgendwie sowas Grundsolides. Also es ist so unaufgeregt und irgendwie, es ist aber irgendwie markiert. Und trotzdem sprechen wir ja auch immer wieder über diese Brücke, die ja endlich mal irgendwie gebaut werden soll. Und es gibt ja einfach so, gerade einfach politisch gesehen, einfach so viele Schwierigkeiten da, das voranzutreiben, bis in den Hohenfeld sehr beliebig. Da gab es ja auch schon voll viele Ideen, einfach mal so eine Brücke rüberzubauen, einfach mal aus irgendwas, aus Holzbrettern oder irgendwas. So von wegen, wir kümmern uns jetzt. Ja, genau. Vielleicht ist das ein Ansatz. Aber ja, spielt das für euch eine Rolle, das Dreiländeregg? Also lebt ihr das? Oder vielleicht auch so, gibt es nochmal einen Unterschied zwischen privatem Alltag und beruflichem? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich glaube, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich so. Also ich bin halt aufgewachsen so und habe das dann bei Freunden gemerkt, die halt durchaus mit Großeltern zum Wandern rübergefahren sind, die das noch normaler war. Ja, ich bin so ein bisschen aufgewachsen so. Ja, wir sind hier in Deutschland und keine Ahnung, gerade nie so Bezüge darüber, so alltäglich so. Und dann gab es halt diese Grenzöffnung, weil Frau Merkel da war, 2006, 2007, irgendwie so, genau. Und dann, aber ich habe heute noch, steckt das so in mir drin, dieses so, das ist so ein bisschen, naja, fast ängstlich oder so. Was mir klar ist, ist total irrational, aber es sind solche Geschichten, wie wenn ich jetzt mit dem Auto rüberfahre und ich habe da einen Unfall. Um Gottes Willen, was passiert und dann und so. Es ist Quatsch, weil es muss wahrscheinlich einfach mal passieren, damit man das dann irgendwie durch hat. Aber das sind so Dinge, die habe ich, glaube ich, schon ein Stück übernommen von, aus der Kindheit, so. Und gleichzeitig, äh, finde ich... Wir haben ja auch einige Freunde, ne? Einen Freund zum Beispiel, der in Prag wohnt und arbeitet. Genau, und dort gewesen, den besucht. Und auch eine alte Kollegin aus Lieberetz und so, ne? Genau, du hast Arbeitskolleginnen beim EHI, hab da auch Begegnungen gehabt, ne, war es wandern drüben und so. Für dich ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders? Ja. Naja... Und... Aber manchmal ist es ja auch dieser Punkt, ne, dass es einem so normal vorkommt, dass man es gar nicht registriert, wo überhaupt eigentlich diese Schnittstellen sind, ne? Also, darüber haben wir auch so nachgedacht, dass man das manchmal gar nicht mehr so richtig registriert. Ne, das stimmt. Ne, die, meinst du das? Na ja, dass zum Beispiel, eben, wir laufen jetzt so ganz selbstverständlich hier so an der Grenze lang, weil es ist halt für uns normal, irgendwie an einer Grenzstadt zu leben, ne? Das stimmt. Also, das ist irgendwie auch normal, dass man eben vielleicht mal schnell rüberfährt zum Wandern oder zum Essen oder keine Ahnung so, ne? Oder du gehst halt zum Arzt und es ist eben ein tschechischer Arzt oder eine tschechische Ärztin oder so, ne? Absolut, ja. So würde ich es auch beschreiben. Also, wenn wir auf die Lausche gehen und dann hinten lang und sagen, komm, wir gehen noch was essen, dann gehst du wieder rüber und das ist total normal. Oder jetzt, wo, war das Osi-Challenge oder was? Wo wir im Wald standen, haben die Fahrrad-Montenbiker angeguckt, da waren die Grenzsteine und die sind quasi in Tschechien lang gefahren. Und wir standen auf der anderen Seite vom Grenzstein, das war halt so, der Fokus war halt, ja, der Mountainbike, toll, mit Kindern und so, total abenteuerlich. Und da war halt eigentlich diese Grenze, da nimmst du gar nicht wahr. Weil die so konstruiert ist. Oder auch im Kaufland oder so, ne? Dann läuft halt in Tschechien neben dir. Aber ich würde auch sagen, ich denke da jetzt nicht so groß drüber nah. Ne, genau. Und spielt das für eure Unternehmung eine Rolle? Also perspektivisch auf jeden Fall, weil ich finde das zum Beispiel extrem mutmachend und hoffnungsvoll, so dieses, was ja, was unser Bürgermeister so macht, so das so als Mittelpunkt von Europa, das zu sehen und die hat ja auch irgendwie drüben gewohnt mal eine Woche und so. Also dieses wirklich weg von diesem, wie ich auch geprägt bin, so dieses, wir haben dieses Drittel irgendwie, sondern wirklich hin zu diesem, zu diesem Offenen. Und wie gesagt, wir haben ja auch Freunde, fällt mir gerade ein, die aus Tschechien kommen, aber Häuser in Zittau zum Beispiel haben, wo die Kinder mit dem Kindergarten sind. Also wir haben ganz viele alltägliche Begegnungen, der Freund, der in Frag wohnt und so. Und es ist halt total irgendwie komisch zu sagen, gerade Liberetz ist ein riesen Wirtschaftsraum. Dorthin wollen wir uns perspektivisch sicherlich öffnen. Also wir hatten doch schon mal Kontakt mit einer jungen Frau, die so eine Wirtschaftsberatung macht, international, genau. Das ist aber dann in Zittau angesiedelt oder? Genau. Es gab ja mal, also Taylor Wagner hatte eine Depromptons quasi, eine Filiale, genau. Und also in Radek war das, 1921 dort quasi eröffnet und dann Weltwirtschaftskrise und so weiter nach ein paar Jahren. Dann musste das leider wieder schließen, aber das heißt, wir haben quasi da schon zumindest in dem, wie nennt man das, in der Firmengeschichte, in dem Gedächtnis der Firma ist das schon drin. Also angelegt dann auch. Spannend. Ja. Dass man das einfach auch vielleicht wieder aufgreift. Genau, genau. Diesen Faden einfach. Ja, ich denke mal das erste wäre, dass man jemanden einstellt, der Tscheche ist, der die Kultur versteht und dann guckt, wie sich das entwickelt. Aber da wäre ich auch relativ offen. Ich denke, das muss man mit in den Blick nehmen. Und nach eurer jungen ersten Unternehmerzeit, würde mich irgendwie noch mal interessieren, gibt es da schon Dinge, die sich so zeigen, wo ihr merkt, hey Zittau, das ist schon auch ein bisschen eine Herausforderung hier, so eine Unternehmung zu führen oder weiter zu führen vor allem. Also spielt der Standort eine Rolle, ist der für euch von Vorteil? Auch eine gute Frage. Also ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Also eben wenn wir jetzt so IHK hatten oder so, da ist eine große Offenheit da und auch eine große Würdigung auf der Geschichte und sagen, hey wir packen es an, so dieser Geist von lass uns weitermachen, lass uns Lösungen finden für die Probleme. Und dann hast du halt manchmal Leute, wo das halt nicht so ist, die dann eher so, das haben wir schon immer so gemacht oder mach doch nicht alles so kompliziert. Also da dann so in einer guten Art und Weise umzugehen, jetzt nicht das irgendwie zu sagen, also ich mach es jetzt trotzdem, sondern das halt auch in so einem Austausch da weiterzugehen. Und wir haben das ja auch zum Beispiel, ich denke jetzt auch gerade zum Beispiel an deine Eltern, die ja auch ganz anders geprägt sind, gell, die kommen vom, also haben natürlich auch noch die DDR-Zeit so im Kopf, wo es ja eine ganz andere, also da musstest du dir, war eher das wahre Beschaffen ein Problem, als es dann loszuwerden. Und heute ist es genau andersrum und wenn wir halt jetzt sagen, wir wollen nach außen gehen, wir wollen, dass Leute wissen, dass wir diese Nachfolge machen, wir wollen, dass Leute wissen, dass die Firma 150 Jahre alt wirkt und dass es für Zukunft steht, dann befremde das meine Schwiegerelter manchmal vielleicht ein bisschen, weil die sagen, naja, wir wollen ja uns auch jetzt hier nicht so darstellen, als wenn wir irgendwas Besseres wären, aber darum geht es ja gar nicht, sondern eher so, tu gut, rede drüber, gell, also. Und das finde ich aber, das ist ja wirklich eine Generationsthematik, weil ich kenne das genau, diese Erfahrung, die du da beschreibst, das kenne ich auch, weil meine Familie ist auch eine Unternehmerfamilie und da ist auch genau dieser gleiche Gedanke, so, ist das nicht zu viel, so, wir sind schon, wir sind schon stolz auf das, was wir geschaffen haben und es ist denen total klar, ne, wie viel Wert das eigentlich hat für so eine Region und trotzdem ist es immer noch so, na nicht, nicht, dass das zu viel ist, was man da hat. Obwohl wir das ja nicht nur so aus, also ja, aus kulturellen oder so Sachen heraus machen und es gibt natürlich auch eine Konkurrenz, so, das ist Fakt, ne, es gibt einfach andere Betriebe, die eben auch Gas geben, ob das jetzt mit Digitalisierung und online ist oder ob das mit Außendienst ist oder mit Werbung oder so, also da, da ist, also ich finde das. Wo du sagst, ich wusste gar nicht, das spricht ja auch wieder dafür, gell? Also ich mache das gerne so, wie wir es machen, aber es ist jetzt nie nur so, das ist halt meine Art, sondern es gibt schon auch einen realen Konkurrenzdruck, der, den ich momentan noch sehr sportlich sehe, so, also, der mir jetzt keine Angst macht oder so, aber gleichzeitig ist schon klar, ich glaube, wenn wir jetzt nie durchstarten würden, würden eben andere kommen und einfach das übernehmen, das Marktsegment so. Und deswegen macht es auch Spaß, da durchzustarten, weil es ohne realen, einen realen Wettbewerb oder so gibt, das es nicht bloß so hobbymäßig ist, so, genau. Und das ist vielleicht, ne, wenn du auch sagst, na, wie würdet ihr das wahrnehmen jetzt so als junger Unternehmer, da fällt mir noch dazu ein, dass halt, gerade weil wir so ja nah auch mit deinen Eltern sind oder auch jetzt mehr und mehr unser Arbeiten, auch mit den Mitarbeitern eine gewisse Nähe und Vertrauen und so weiter aufzubauen, geht halt vieles auch schneller, auch wenn der Widerstand vielleicht manchmal ein anderer ist, als das, gut, bei dir war es vielleicht noch im Kinderschutz anders, aber wenn ich jetzt vorher an Universitäten gearbeitet habe, da ist jetzt nicht so viel Innovation möglich, also, vielleicht schon, aber nicht, also, wir reden ja wirklich von riesigen Kolossen an Verwaltung und an gewachsenen Strukturen, die kannst du nicht einfach mit einer guten Idee ändern, gell, also, und da ist es, finde ich, manchmal jetzt von Vorteil, dass wir halt weniger Leute sind, also nicht Tausende, sondern halt 10, 20, je nachdem, wie man es sieht, und schnelle Ideen umsetzen kann, meinst du? Ja, genau, und da auch schnelle Erfolgserlebnisse halt, so. Ja, und bei dir ist ja nochmal spannend, du hast gesagt, du kommst gebürtig aus Erfurt, und dann bist du ja hier in Zittau gelandet, wie kam das? Also, ich bin mit 19 nach Dresden zum Studium und hab dann dort, zehn Jahre war ich in Dresden, hab erst studiert und dann noch gearbeitet und in Freiberg an der TU und dann bin ich 2012 zum Glauben gekommen und Christian hat sich auch nochmal ganz neu mit deinem Glauben an Gott so auseinandergesetzt und dann habe ich hier eine Gemeinde gefunden, in der ich mich ganz wohl gefühlt habe und hab gedacht, Mensch, ich hätte es mir ja eigentlich nie vorstellen können, so in so eine Kleinstadt. Ich dachte auch immer, eigentlich war der Plan, wir gehen beide wieder nach Dresden, nachdem du hier angefangen hattest erst mal. Und dann habe ich aber gemerkt, am Ende sind es dann schon auch Beziehungen, die so Heimat ausmachen. Und für mich war klar, Erfurt, das ist durch so, weil die ganzen Leute, mit denen ich da halt so Kindheit, Jugend und so weiter verbracht habe, die sind auch alle weggegangen eigentlich und ich hätte mir das jetzt auch nicht wieder vorstellen können zurück nach Erfurt und Dresden. Da hatten wir natürlich auch viele Freundschaften, die wiederum auch nur Zugezogene waren, die dann sich auch wieder mehr oder weniger verstreut haben. Und hier waren halt Beziehungen da, ich bin jetzt mehr und mehr gewachsen so über die Jahre, was halt, also Heimat halt ein Stück. Und dann gab es natürlich immer eine Frage, wie geht es bei dir denn jobmäßig weiter und dann war es halt schon eine schöne Sache und ein kleines Wunder, dass du halt eine Stelle am IHI gekriegt hast. Du müssen da viel arbeiten, die nie so weit weg war von dem, was du vorher gemacht hast. Das war natürlich auch nochmal, das hat den Schritt gleich noch leichter gemacht. Das stimmt, das stimmt. Weil das war eben das Projekt vorher, was ich da in Freiberg, das ist dann auch ausgelaufen. Da war auch klar, okay, jetzt muss es irgendwie dann an einer anderen, wir haben dann noch geheiratet in dem Jahr 2013, also da war viel, was so, sind beide 30 geworden. Wie so ein Übergangssituation. Ja, das stimmt. Obwohl das IHI wirklich auch jemanden suchte, der eigentlich seinen Lebensmittelpunkt dann hier hat, ne? Das hat da wirklich gepasst, weil du hattest halt immer ein paar, die sind gependelt, Dresden, Zittau oder eben eine auch aus Libaretz und da war das natürlich dann wahrscheinlich auch ein Kriterium, warum sie gefragt haben, ja, wenn die jetzt hierher kommen will, dann spricht das noch mehr mit dafür. Spannend. Ja, das ist wirklich, wie es so, was du vorhin auch meintest, so fügt, gell? Ja, und vielleicht können wir auch, wollen wir den Rückweg ansteuern oder wollen wir noch ein bisschen vor? Können wir hier rumgehen? Ja. Kann man so. Ja, machen wir die Schleife. Kalt, ne? Ja, jetzt lange. Wir sind ja schon so ein bisschen erprobt. Wo stammst du denn du her? Ja, ich bin auch aus Zittau. Ach so, ne? Ich war zehn Jahre weg und bin, ja, genau, vor drei Jahren, glaube ich, wiedergekommen. Aha, ja. Genau, hab erst in der Niederschule gearbeitet und im Kinderschutzrund jetzt. Und, genau, nebenbei hab ich dann letztes Jahr den Entschuld gebracht, dass ich eben auch gerne selbstständig machen möchte. Vielleicht nimmt man das mit im Blut, keine Ahnung. Ah, ja, ja. Ich hab das jetzt bei Insta so ein bisschen rausgehört. Genau. Mit der Sophie, hab ich, ne? Genau. Und zusammen das gegründet, oder? Ja. Das Ferienwohnungs-Ding, oder? Genau, wir machen Ferienwohnungen und das ist eigentlich ganz spannend, weil mir ging es eigentlich nur darum, ich wollte immer Räume gestalten. Ja. Meine Eltern haben eine Raumausstattung. Ah. Oder warst du? Ja. Und ich hätte Kunst studiert und dann dachte ich, ich hätte auch einfach Lust hier eben loszulegen und Frauenkonzepte zu machen und einzurichten und... Ja, ja. Geht auch mit Großstädte und Mietstress und so? Absolut. Und dann hab ich halt aber mich auch gefragt, wie verdiene ich denn damit jetzt hier Geld? Wer braucht das hier? Ja, ja. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich guck jetzt mal hier, was die Usainunterkünfte so machen und hab gemerkt, wow, es gibt glaube ich nur so, zwei Hände voll, wo ich selber Urlaub machen würde. Mhm. Und in dem Sinne hab ich dann so ein bisschen den Markt recherchiert dafür und dachte, okay, vielleicht mach ich einfach Ferienwohnungen. Ja, ja. Dann kann ich ganz viele Wohnungen einrichten und kann das irgendwie auch finanzieren. Ja. Genau, Sophie war auch im öffentlichen Punkt an der Hochschule, hatte keinen Bock mehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Ja, das ist cool. Und deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, alles, was ihr so erzählt, ne, so dieses Mutfachen so einfach loszulegen und dann auch eben mit der, also in der Familie, irgendwie in so einer Unternehmung so, wie kommuniziert man miteinander, wenn man so voller Taten dreht. Genau. Ich hab grad so ein aktuelles Beispiel, wo ich, ah, das ist wieder so ein Ding, das kommt immer wieder. Ja. Dann geht's um unser Mahnwesen und so. Und die Kollegin sagt, kann man das irgendwie ein bisschen verschlanken und ein bisschen so. Und ich sag, ich denk so, ja, los, lass uns das machen, das ist cool. Aber ich weiß genau, mein Vater ist der Geschäftsführer, ich werde mich noch mal hinsetzen, mit ihm reden, das wird Zeit dauern. Das ist halt so. Aber ich merke das so, dieses, ah. Genau. Das, was ich gesehen hab, war super schön. Ich hab sofort den Gedanken gehabt, so, eigentlich müssten wir gleich mal dort irgendwie mal ein Wochenende in die Wohnung rein, wo wir Kinder irgendwie zur Oma gehen. Urlaub in der Heimat. Ja. Weil diese Kacheln, die da in der Küche waren, die so ein Muster hatten irgendwie. Ja. Das war ich, ich dachte immer, hab ich cool. Ja, und dann, keine Ahnung. Und ich glaub, das ist halt, also ich brauch halt so diese Geschichten, ne, wie eure, die muss halt schon erzählt werden. Also die müssen wirklich erzählt werden, weil, ich denke, das motiviert auch andere, solche Schritte zu wagen, ne, und einfach auch gerade hier in solchen Regionen einfach so Fuß zu fassen. Und zu sagen, hey, ich hab zwar keinen Plan davon, aber ich mach das jetzt einfach so. Ja, ja. Und das stimmt, was du sagst, weil mir fällt mir gerade ein, ich hatte vor 14 Tagen so eine Phase, da brauch ich mal kurz richtig entmutigt so. Weil alles irgendwie, das ist nicht, war irgendwie doof. Da hab ich gesagt, ey, ich muss mal jetzt wieder mich mit Leuten aktiv treffen. Genau. Hat ein bisschen mit Corona zu tun, weil sonst würde man die auch so mal sehen. Aber ich sage, das sind diese Leute, die mir diese Kraft geben. So Leute, die auch selber was machen, wo du dich hinsetzt. Ich war auch mal bei einem Unternehmer, ähm, bin ich mal so hingegangen mit einem Kollegen, und der meinte dann beim Gehen auch so, ähm, wenn sie mal irgendwie quatschen wollen oder so, dann rufen sie mich an, schicken sie eine E-Mail. Manchmal gibt's Sachen, die kann man bloß für Unternehmer zu Unternehmer. Also so, ich verstehe andere Leute nicht. Hab ich damals so gedacht, cool, aber wissen wir nicht, was er meint. Aber ich glaub, das ist das Ding, weil du so, naja, klar, ne, wenn du irgendwie losgehst, dann gibt's natürlich ein paar Widerstände so. Und manchmal ist man einfach entmutigt und wenn dann jemand sagt, was oft kenn ich, komm, mach weiter. Ja. Oder fass das Thema so und so ein, wenn du grad eine Weile ist und so. Und da, da gibt's schon auch ein paar Leute hier. Auf jeden Fall. Genau. Und das macht, das ist wichtig, glaub ich, dass man so, ja, das ist das, was mir zum Beispiel viel Mut gemacht hat, war so mit, jetzt ist auch kein Meer und Kulturhauptstadt Bewerbung, auch wenn die jetzt nicht geworden ist, aber dieser Spirit von, äh, nach vorne, was entwickeln. Vielleicht geht's auch schief, vielleicht nimmt's einen anderen Weg als geplant, aber so dieser, dieser Spirit von Leuten, die, und da brauch ich die noch nicht mal kennen. Ja, genau. Da helfen wir das schon, ich denke. Und da schwingt ja so was mit, was irgendwie wirklich sich etablieren muss, nämlich diese, diese Akzeptanz, Fehler zu machen, ne, also dass man einfach sich wagt und man geht rein in Prozesse und man möchte, also mit dem Ziel, das Beste rauszuholen, aber dass es auch scheitern darf, so. Und das Scheitern jetzt, und das ist halt das Schöne, ne, was du beschreibst, du warst in der 10. Klasse in den Staaten, hast du gesagt? Genau, also nach der 10. Klasse. Ich weiß nicht, wie weit du das mitbekommen hast, aber dieser... Es ist wirklich ganz anders. Ne, dieser Spirit, also als ich damals in den Staaten war, das war so, das war vor ein paar Jahren, genau, und das ist auch das, was mich nochmal, es hat mir so diesen Kick gegeben, so, hey, ich mach jetzt los, was, was hab ich denn immer für komische Beschränkungen in meinem Kopf, so, ne, oh ne, vielleicht gibt's noch jemanden, der das besser macht, ist, oder, ne, so dieses, oh ne, vielleicht ist es nicht gut genug, und ich muss noch ein bisschen mehr lernen und mehr üben, ne, dann kann ich das machen. Ja, ich weiß, ne, genau, und das ist wirklich ein anderer Geist, ein anderer Spirit, den du dort hast, bestimmt. Und ich glaub, deswegen ist es einfach auch schön, ne, wenn man sich ein bisschen in der Welt bewegt und dann zurückkommt, man hat ja einen ganzen Koffer voll, oder Erfahrungen und irgendwie, ja, das macht schon Sinn, glaub ich, wenn hier auch was davon hängen bleibt, einfach auf jeden Fall. Ja, das ist ja das, was du auch grad beschrieben hast, so dieses, wie soll ich das sagen, aber so, hier kann man, hier gibt's halt Möglichkeiten. Das war auch, also, es war ja eine Frage, warum lebst du hier? Äh, da ist mir so, beim Nachdenken eingegangen, dass in Zittau hab ich das Gefühl, Zittau ist noch nicht so gesättigt, ja, an Möglichkeiten, sondern hier ist eher dieses, wenn du's nicht machst, macht's keiner, und das öffnet ja Räume, also in Dresden, fand ich, da gab's halt irgendwie alles schon, und wenn du's irgendwas machen wolltest, gab's immer mindestens eine Person, die es viel besser gemacht hat, oder viel cooler, und dann hätte mich das eher entmutigt, in Erfurt ist natürlich eh nicht, und hier ist halt, probier's halt, und man connectet sich ja auch viel schneller mit anderen Leuten, weil's einfach kleiner ist, und die Schar an derer, die was machen wollen, ist überschaubar, und wiederum kennt, wenn du dann jemanden kennst, der kennt dann sofort jemanden, mit dem er dich zusammenbringen kann, und dann erscheint mir das irgendwie viel einfacher möglich, gell? Ja. Und das passiert ja auch hier, ne, also jetzt bei der Ausstellung zum Beispiel, wo du Kontakt hattest mit einem Museum, wo du Kontakt hattest mit einem Archiv, da kam sofort ja auch ganz viel, ah ja, super, und dann kamen E-Mails nochmal 14 Tage später, ich hab noch was gefunden, und das ist auch total ermutigend. Ja, das stimmt. Dass man so denkt, ist gar nicht manchmal so, wenn man immer so, das Glas ist halb leer, und wir sind hier am letzten Ecke, und so, das ist manchmal nur so ein Reden, und die Realität ist doch manchmal eine andere, wenn man losgeht. Aber das kann man eigentlich schon guter Erfahrung. Also, ich finde, man muss sich schon bewusst eröffnen für diese Realität, und sagen, okay, ich guck jetzt mal, wo das Glas wirklich halb voll ist. Weil jemand, der sagt, das Glas ist halb leer, der macht das ja nicht, also der nimmt das ja wirklich so wahr, weißt du? Ja, klar. Aber so, die Erfahrung ist schon, dass es Unterstützung gibt. Auf jeden Fall. Und dass man jetzt nicht komplett alleingelassen ist. Auf jeden Fall, ne. Das ist spannend, weil wir wollen ja auch so ein bisschen kritisch gucken, ne? Also, was fehlt der Region zum Beispiel? Was gibt's hier, wo man sagen kann, so, hey, nee, hier muss echt noch was passieren, so. Und in den Interviewgesprächen, die wir bisher geführt haben, merke ich immer wieder, wir sind total gut eigentlich darin, die ganzen Ressourcen zu sehen. Und irgendwie sehen so, was alles klappt, und irgendwie auch so, schon so ein, ja, so eine positive Einstellung zu der Region und zu dem Leben hier. Und meistens sind es halt die Macherinnen und Macher, die diese Einstellung so mitbringen. Aber, ja, habt ihr so Themen, wo ihr merkt, so, hey, das regt euch tierisch auf, oder das, ja, so, da gibt's irgendwie Bedarf, drüber zu sprechen? Das ist ja, sag doch mal. Das ist auch ein Stück. Ja, na ja. Also, ich hab gerade an den Stadtrat gedacht, das ja so zerstritten ist, das bin ich jetzt nicht so negativ drin, da hab ich jetzt nicht so im Detail die Ahnung, aber man nimmt halt das so wahr und hört dann manchmal auch von anderen Leuten so, ach, was die sich da streiten und, ja, ist keine Einigkeit da und das geht doch nicht und so. Und das ist auch so, denke ich, das gibt kein gutes Bild da. Und das wäre schön, wenn da vielleicht auch manchmal mehr Einigkeit, ich meine, der Streit muss schon sein in der Demokratie so. Aber, ja, der Fokus vielleicht irgendwie. Weiß ich aber, nee, kann ich so qualifiziert nicht so viel dazu sagen, weil ich da zu wenig drin bin. Aber ich finde, man muss nicht qualifiziert sein, weil ich glaube, das ist nämlich was, was mir auffällt. Also, wenn ich's jetzt so richtig krass sage, mir geht das total auf den Sack, dass jeder immer denkt, man müsste hier irgendwie qualifiziert sein und irgendwie politisch mehr drin, damit man über die kommunale Politik überhaupt sprechen kann. Ja, ich denke jetzt gerade so, ich hab halt nicht jeden SZ-Artikel gelesen dazu. Nee, genau, aber das ist halt eigentlich doch, spielt das auch keine Rolle, weil man hat ja ein Interesse und es ist halt einfach klar, wenn man jetzt eben nicht, man hat ja so seine Schwerpunkte, ne? Ist man jetzt politisch interessiert oder geht's mehr ums Soziale oder um den Sport und wie auch immer? Aber ich finde trotzdem, ja, ist die Meinung oder das Bild oder die Wahrnehmung vielleicht, dass man die beschreibt, wie nimmt man was wahr? Und ich glaube, das, was du beschreibst, das teilen viele. Ja, also da würde ich ja wirklich einen Stadtrat, hab grad nochmal überlegt, weil wir haben auch Kontakt gehabt mit der Wirtschaftsförderung und auch mit anderen. Da habe ich also auch Positives wahrgenommen. Also, da gab's Termine, da ist man hingegangen, da gab's Gespräche, da gab's Zuarbeit, das war unterstützend so. Es ist wirklich diese Wahrnehmung so, dass der Stadtrat so zerstritten ist und dass da irgendwie, keine Ahnung, Sitzungen aufgelöst werden. Und dass es auch nicht vorangeht, das ist mein Meinung. Ja, genau. Also, ich hab's halt zweimal gemacht, hab mich zweimal in so eine Sitzung reingesetzt und ich kann's irgendwie nicht so gut, weil ich komm da richtig in Emotionen und stresst mich total. Und merke dann auch, ja, weil das scheint so, also aus unternehmerischer Perspektive, scheint es so, als würde man die ganze Zeit im gleichen Matsch treten. Also so, ne? Also, auf der Stelle und es bewegt sich nicht. Und okay, Demokratie, das sind halt langsame Prozesse, klar, weil einfach viele mitentscheiden und man abwägt und das hat auch seine Richtigkeit. Aber ich kann halt schon dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, das teile ich tatsächlich eben auch so, dass ich denke, so kann man nicht ganz konstruktiv die Ziele gemeinsam herausstellen. Und daran arbeiten und gucken, wo können wir da Kompromisse fassen. Wobei ja selbst über diese Ziele oft so ein Konflikt zu bestehen scheint, gell? Ja, das stimmt. Vielleicht bräuchte der Stadtrat eine Mediation. Ja. Das wär mal ein neues Konzept. Ja, es gab ja diese Dialogveranstaltung jetzt im Herbst, letzten Herbst, gell? Wo es auch um Corona ging und da war ja auch eine Moderation, die von außen kam, aus Dresden oder so, gell? Genau. Und das schien ja, ich war selber nicht dort, aber was ich so gehört habe, sowohl von Leuten, die sehr, also von allen Seiten, gell? Von Leuten, die sagen, Corona gibt's gar nicht, als auch von Leuten, die gesagt haben, Leute haltet euch mal an die Maßnahmen. Die haben gesagt, doch, es war schon eine neutrale Moderation. Also insgesamt war es ein positives Veranstaltung, weil die Leute miteinander gesprochen haben. Genau, das habe ich auch gesagt, danke, dass ihr miteinander redet. Klar gibt's irgendwann auch eine Grenze, also wie hier zum Beispiel mit dem Kretschmer oder so, wo dann die Leute zu ihm persönlich und so, aber wenigstens dieses... Ich hab auch so gedacht, wann kann ich denn gut mit Leuten arbeiten, die mich eigentlich total nerven? Ja, wenn ich mit ihnen auch irgendwas Schönes erlebe. Was weiß ich, irgendeinen Ausflug mache oder abends mal zusammensitze beim Bier, weil dann hast du ja auch wieder eine Nähe und kannst dann auch auf der Sachebene halt besser zusammenarbeiten. Das heißt, eigentlich könnte man so Strukturen und Methoden, die es eigentlich im sozialen Bereich immer gibt, die müsste man eigentlich mal, ja, im Stadtpolitischen ausprobieren. Das wäre eigentlich genial. Es gibt da jetzt wieder so eine Initiative, ich glaub für eine Art Jugendparlament oder so. Ja. Irgendwas. Ich komm daher auch nochmal an die Impulse. Ja. Finde ich aber auch an sich total cool, dass da auch in der Stadt Leute gibt, die solche Initiativen unternehmen. Und ich hab riesen Respekt davor, eben wie Thomas Zinker oder auch andere da so dranbleiben, gell? Also, boah, ich wollte das nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Warum würdest du das nicht machen? Das wäre mir viel zu anstrengend. Aber genau, was ist das Anstrengende daran, ne? Also, ich kann's nachvollziehen. Na ja, immer wieder aufeinander zugehen. Und auch wenn da sind ja wahrscheinlich auch persönliche Sachen dann passiert. Das stelle ich mir zumindest so vor, wo man dann wirklich immer wieder da auch vergeben muss und weitergehen. Und, weißt du, das ist schon, wir hatten's jetzt im Haus, auch im Zuge von Corona, wo wir so uneins waren mit unseren Nachbarn. Und wir sagen, wir sind eine junge Familie. Und wir haben halt ältere Leute vor allem um uns rum und die sehen die Dinge halt ganz anders, weißt du, als wir. Und da immer wieder sagen, doch, ich geh trotzdem auf dich zu und ich bete für dich. Und, weißt du, also das ist schon, das ist, da muss ich mich bewusst dazu entscheiden, das zu tun. Und das ist anstrengend, gell? Ja. Am Ende der Interviews, da stelle ich immer so eine Frage, die sich eigentlich mit der Zukunft beschäftigt. Und zwar ist das so ein Glücksratprinzip. Ihr habt jetzt die Chance, 2021 was in die Hände zu nehmen, was dieser Stadt in irgendeiner Form gut tut. Also was irgendwas bewegen, das kann was ganz Kleines sein, das kann völlig utopisch sein. Was wäre das? Was würdet ihr machen? Was würdet ihr verändern? In der Stadt? Ja. In der Stadt. Also, ne, das kann aber auch Stadt im Sinne von eurem, aus eurer Perspektive des Unternehmens oder was auch immer. Kann irgendwas sein, was euch auffällt. Es kann einfach sein, das hat was mit eurem Privatleben zu tun, mit euren Kindern, wo ihr merkt, hey, da ist hier voll das Defizit, hier muss eigentlich mal was passieren. Oder so richtig quer, aber ihr könnt euch Zeit lassen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich Dankespakete machen. Mhm. Und Leuten schicken. Für alle die, also das ist natürlich jetzt utopisch, gell, aber für alle die, die sich engagieren. Und auch für alle die, also nehmen wir an, ich könnte jetzt, könnte, wie sagt man, würde kennen. Mhm. Also so Positives über den Leuten aussprechen und ihnen danken für das, was sie tun. Weil jeder hat ja auch immer, was weiß ich, der eine engagiert sich halt in irgendeinem Verein für Fußball oder Kaninchen oder was weiß ich und der andere halt politisch. Mehr Wertschätzung. Mehr Wertschätzung. Ja. Und auch gucken, irgendwo gibt's ja immer was, gell. Also da halt auch bewusst hingucken. Cool, was wäre in diesen Paketen drin? Stell ich mir grad vor. Merci. Merci. Ne, ich weiß, ähm. Idealerweise wäre es natürlich was, was demjenigen wirklich was bedeuten würde. Gute Idee. Finde ich schön. Ja, ich hab grad so gesagt, Zuversicht so. Das ist ein bisschen das, was manchmal fehlt und da würde ich mich anschließen. Da würde ich wahrscheinlich auch mit solche Pakete packen. Haben wir, zwei, drei Pakete haben wir ja jetzt im Januar noch gepackt als nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Dann haben das so zwei, drei Leuten geschickt, die uns im Unternehmen letztes Jahr unterstützt haben. Und das war jetzt auch so cool. Das auch zu übergeben. Und das war so cool. Einfach so eine Freude. Ja, wir haben einen Freund, einen Bekannten aus Chemnitz, der hat das Logo entwickelt für uns so. Und da haben wir eine Kanne gehabt mit dem Logo drauf, haben die den geschickt und so. Das macht einfach Spaß. Da haben wir eine Karte geschrieben. Vielen Dank für deinen Einsatz und für das unkomplizierte und schnelle Zusammenarbeiten und so. Und dieses Ding so von Dankbarkeit und Zuversicht so. Ich glaube, das... Und da ist das eigentlich eine praktische Sache, so Pakete zu schnüren. Stark. Ja, ich bedanke mich ganz sehr. Das war ganz, ganz schön, mit euch hier an der Neiße zu spazieren. Jetzt geht es doch ein bisschen chaotisch. Könnt ihr da was raus schneiden? Das war ganz schön. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Und da habe ich gerade gesagt... Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.